Jürgen Rudolf Friedrich von Beckerath ist ein deutscher Ägyptologe und emeritierter Professor der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Leben Jürgen von Beckerath ging im Stadtteil Höchst von Frankfurt am Main zur Schule und bestand dort im Jahr 1939 Dekasekunden Abitur. Er wurde aus dem Kriegsdienst entlassen, da er eine Kriegsverletzung hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann er in München ein Studium der Ägyptologie und promovierte im Jahr 1950. Sieben Jahre später, im Jahr 1957, wurde er an derselben Universität Lehrbeauftragter und wurde im Jahr 1963 Privatdozent an der Universität München. In den Jahren 1966 und 1967 war er Visiting Professor an der Columbia University in New York, lehnte jedoch eine Berufung dorthin ab. 1970 wurde er ORD Professor und Institutsdirektor an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, wo er 1985 emeritiert wurde. Seit dieser Zeit veröffentlichte er jedoch noch zahlreiche wissenschaftliche Werke. Von Beckerath lebt heute mit seiner Frau Irmgard in Schledorf am Kochelsee in Oberbayern. Bedeutung Jürgen von Beckeraths wichtigste Werke sind das Handbuch der ägyptischen Königsnamen und die Chronologie des pharaonischen Ägypten. Sie gehören heute zu den Standardwerken der Ägyptologie. Seine wissenschaftlich wichtigste und einflussreichste Arbeit ist seine Untersuchung zur zweiten Zwischenzeit, mit der er habilitierte. Publikationen Tannis und Theben Historische Grundlagen der Ramessiden-Zeit in Ägypten Augustin, Glückstatu A. 1951 Untersuchungen zur politischen Geschichte der zweiten Zwischenzeit in Ägypten Augustin, Glückstatu A. 1964 Abriss der Geschichte des alten Ägypten Oldenburg, München U. A. 1971 ISBN 3-486-43191 Handbuch der ägyptischen Königsnamen Deutscher Kunstverlag München U. A. 1984 ISBN 3-422-00832-2 Ebender 1999 ISBN 3-8053-2591-6 Chronologie des ägyptischen Neuen Reiches Gerstenberg-Hildesheim 1994 ISBN 3-8067-8132-X Chronologie des pharaonischen Ägypten Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 V. C. H. R. von Zabern, Mainz 1997 ISBN 3-8053-23107 M. K. H. R. von Zabern, Mainz 1997